Jo, jetzt wisst ihr mal! Gerade von der Arbeit heimgekommen und dann erwartet mich das zu Hause von 2K. Ich weiß, was es ist und das ist echt schon wieder eine ziemlich abgefahrene Story eigentlich, weil, wie ihr mein Video vielleicht kennt, dass ich von 2K das Spiel NBA 2K 18 bekommen habe, weil ich halt in meinem letzten Video gesagt habe, ja, ich habe das nicht mehr und ja, aber mein T-Shirt gab es im Store und so und die habt ihr für mich gevotet und das gibt es jetzt offiziell zu kaufen auf der Playstation 4, aber ich habe eigentlich gesagt, dass ich das für die Xbox One haben möchte, also als mich 2K nach meiner Adresse gefragt hat und ob ich das Spiel haben möchte, habe ich gesagt, ich hätte es gerne für die Xbox One, aber sie haben es mir aus Versehen für die Playstation 4 geschickt. Ich habe beide Konsolen zu Hause und daher war es mir fast egal. Trotzdem habe ich mich so darauf aufmerksam gemacht und dann haben sie gesagt, hey, willst du es für die Xbox One auch haben? Warum? Habe ich natürlich nicht nein gesagt, ist klar. Und das ist es jetzt und das ist echt richtig abgefahren. Jetzt habe ich es jetzt zweimal, aber ja. Der Grund, warum ich es für die Xbox One haben wollte, ist, dass die Xbox One in 4K austrägt und natürlich mit meinem 4K-Fernseher kommt das, glaube ich, richtig, richtig, richtig flashy durch. Ja, pass mal auf. Oh. Ja, Mann. Fett. Sehr geil. Und ihr seht es schon hier oben. Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Ähm, 4K Ultra HD, HDR, optimiert für Xbox One X. Seht man das? Seht man schon. Und das ist halt das Ausschlaggebende, warum ich das unbedingt auf der Xbox One haben wollte. Und das ist, glaube ich, nochmal eine Schippe geiler. Auf 5.000 VC. Punkte. Ein Pack. Okay, okay. Cool. Also echt nochmal vielen, vielen Dank an 2K. Also das ist echt flashy. Richtig flashy. Richtig geil. Der Hammer. Und jetzt habe ich eine Frage an euch, weil ich weiß es nicht. Ich habe keine Antwort darauf gefunden. Und zwar, es ging ja bei Playstation 4 darum, dass ich mein Mr. Mike Production Shirt in das Spiel gebracht habe. Ihr habt für mich gevotet. Über 100 Stimmen abbekommen. Man kann es jetzt auf der Playstation 4 offiziell kaufen. Jetzt weiß ich nicht, ist das auch auf der Xbox One jetzt verfügbar? Oder muss ich auf der Xbox One jetzt das T-Shirt nochmal hochladen und dafür öffne ich und dann nochmal abstimmen, damit man das auf der Xbox One nochmal bekommt? Das weiß ich jetzt nicht. Da muss ich jetzt selber herausfinden, aber wer eine Xbox One hat, bitte lasst mich das wissen. Schreibt es in die Kommentare. Das interessiert mich sehr. Weil man muss sich auch erst aufleveln. Zu Level 80. Vorher kann man kein T-Shirt einreichen. Man kann kein T-Shirt kaufen. Man kann nur dafür voten. Und ja, das werde ich jetzt auch selber herausfinden. Aber es wird halt dauern, weil ich muss ja erstmal hochleveln. Also, das ist ja selber, oder? Das ist ja das Blöde. Und ja, jedenfalls, wer gegen mich zocken will und wer eine Xbox One hat, der folgt mir auf Instagram und schreibt mir eine Nachricht und dann sage ich euch meinen Gamertag-Namen. Und das mache ich jetzt auch mit gutem Grund, weil ich weiß, es haben nicht so viele eine Xbox wie eine Playstation. Weil würde ich jetzt sagen, hey, eine Playstation, da hätte ich bestimmt 100 Anfragen und jeder will mal einen Gamertag haben. Und das wird dann ein bisschen zu viel. Aber auf der Xbox One ist das, glaube ich, noch übersichtlich. Und auf der Xbox One suche ich auch noch jemanden für Gears of War, wer mit mir das, sag mal, wer mit mir das im Kooperativ-Modus zocken will. Gears of War hat das jemand auch am Start, wäre auch sehr interessant. Und da bräuchte ich jemanden zum Zocken. Ja, ansonsten, ja, MB2K zocken auf der Xbox One. Wer hat's? Feedback geben, Instagram, Nachricht schreiben und ja. Informationen wegen dem T-Shirt nochmal. Ist das überall gleich auf dem PC, auf der Switch, auf der Playstation 4, auf der Xbox One. Ist da jetzt überall mein MrMarkProduction-T-Shirt verfügbar oder nicht? Wer das weiß, bitte kommentieren. Das ist sehr wichtig, sehr, sehr, sehr wichtig. In dem Sinne, vielen Dank für das Zugucken. Euer MrMark. Bööööööö.